Hallo Leute, herzlich willkommen zu 5 Fakten über Son Goku. Fakt Nummer 1, Son Goku hat sein Markenzeichen, das Kamehameha ist dann 97 mal in Dragon Ball, Dragon Ball Z und Dragon Ball GT abgefeuert. Mit Super-Virus über die 100 mal natürlich. Fakt Nummer 2, der Kampf zwischen Son Goku und Frieza in Dragon Ball Z dauerte insgesamt rund 3,5 Stunden. Was eigentlich unlogisch ist, weil der Planet in 5 Minuten hochgegangen ist, aber das ist wieder was anderes. Die Auseinandersetzung ist bisher der längste Kampf in der Anime-Geschichte. Fakt Nummer 3, Son Goku hat insgesamt 8 Verwandlungen. Einmal den Wehraffen, der goldene Wehraffe, Super Saiyajin 1, 2, 3 und 4, die normale Gottform und den Super Saiyajin Gott, Super Saiyajin aka Super Saiyajin Blue. Naja, dann gibt's noch den Ultra Instinkt und den gemeisterten Ultra Instinkt. Fakt Nummer 4, Son Goku hat Angst vor Spritzen. Und Fakt Nummer 5, wie man sich selbst teleportiert, hat Son Goku auf dem Planeten Yadrat gelernt, als er nach dem Kampf gegen Frieza durchs All reiste. Das war's mal wieder, ihr kleinen Pisser, bis zum nächsten Mal, tschüss.